Hallo, 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 moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute machen wir mal Random Class Challenge und zwar seht ihr jetzt eingeblendet eine Random Class und die baue ich jetzt kurz nach und zwar die Cooter ohne Aufsätze, richtig beschissen, aber egal, dann als Secondary den Werfer, den ich eh niemals benutzen werde, hier, der XN53, dann die kursichere Weste, Anzahlung, boah, das wird scheiße, genau, Taktikmaske und dann noch Strahldämpfer, hier, Strahldämpfer, Taktikmaske und das war's, oder? Ne, achso, ne, ja, das geilste kommt noch, Rauchwand, zweimal und, ähm, und dann noch die Samtex, genau, die haben wir wenigstens freigeschaltet. Ja, mit der Klasse müssen wir jetzt spielen, ach, Gott, Gott, das wird witzig, ähm, dann noch die Streaks, genau, das sind, äh, UAV, Dart, muss ich freischalten, und dann noch die Hellstorm, wenn wir die Hellstorm schaffen mit dieser Klasse, ja, da bin ich schon stolz auf mich, genau, Spezialist noch den, ähm, die Schwerkraftstacheln, und ich würde sagen, Befehle erhalten, genau, wir sehen uns im Spiel wieder, ciao. So, zweite Runde auf Splash, nein, was, Gott, oh mein Gott, bitte, nein, nein, warum, mal gleich mal hier lang, ich hoffe mal, da kommt jemand, sieht schon noch immer da oben, oder, ja. Oh mein Gott, ich krieg Rassist, nice, danke, 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 Teammates. Einfach da mal reinschießen, auf gut Glück. Okay. Okay. Aber ich gebe mal, mein Bestes, Drohne haben wir schon mal, sehr schön. Kommt hier jemand? Ja. Hab dich, Bro. Okay, läuft besser, viel, viel besser. Ich denke aber mal auch, dass die Gegner viel, 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 viel schlechter sind. Gehen wir mal hier drunter. Oh mein Gott, sind alle da drin. Ich trau mich nicht, oh, lieber Luft, schnapp mir vor, ich noch verreck. Hab dich. Nein. Ach Gott, Idiot. Oh Gott. Ich hab keinen Plünderer, stimmt. Oh mein Gott, jetzt. Nein. Egal. Ihr musst nie irgendwann mal sterben. Hier, Hälsor, wenigstens ein Kill, komm. Sehr schön, ein Kill. Jetzt haben wir den da, uiuiui. Den da kann ich nicht so gut steigen, geh mal nach ganz hinten. So. Mal sehen, was der Dart so kann. Lego. Oh Gott, die Map ist überhaupt nicht gut für ein Dart. Überhaupt nicht. Hä, da. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Oh Gott. Wo fliege ich hin? Wo fliege ich hin? Nein, nein. Yes. Okay, zwei Kills. Ich bin damit zufrieden. Ganz gut. 11-1 stehen wir. Nice. Okay, das kann was werden. Vielleicht schauen wir nochmal die Streaks. Die sind jetzt nicht so gut. Wir haben die... Da ist oben jemand. Ich fahre irgendwie so ein... Nein, warum fahre ich mich? Egal. Wir haben die Schwerkraftsstrachen ready. Pff. Was war das? Oh Gott. Hätte ich einfach nur geschossen. Was ist mein Teammate? Ich muss eine Samtex reinschmeißen. Fuck. Guten Tag. Guten Tag. Mein Aim ist gerade on point. Und da fahre ich mich. Glaubt. Die sind alle in diesem Drecksbunker. Hier. Frisst eine Samtex bitte. Wie sie da alle campen? What the fuck? Egal. Drohne raus. Oh mein Gott. Lego. Oh mein Gott. Nein. Ich war zu weak. Ich war zu weak. Und zu greedy. Schade. Egal. Egal. 21,7. Noch läuft alles gut. Gegner sind übelst schlecht. Ich glaube ich bin hinter den. Oh mein Gott. Ich dachte schon der holt mich. Ich bin jetzt hinter den. Ja moin. Und hole niemanden. Weil er mich holt. Und 10 Tode kassiert. So schnell geht's. So schnell geht's. Okay. Hinter mir. Hinter mir. Ich komm schon. Ich denke mal der kommt jetzt gleich hier hoch. Jetzt bin ich hier mal. Jetzt seht ihr mal wie beschissen das ist wenn ihr hier campt. Oh. Drecks Marshal Baden. Genau. Geht zurück ins Bootcamp. Ja. Das war's mit dem Video. Haut da rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Teilt das Video. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.